Heute müssen wir probieren, die Säure zu überleben in Roblox. Dort werden Kaspar und ich ein Battle machen und wir müssen es nicht bis oben schaffen. Werden wir drauf gehen. Schaut bis zum Ende, um das zu verpassen. Los geht's. Let's go, Kaspar. Let's go. Die Säure steigt. Die wird gleich kommen. Ich will nicht reinfallen. Ich will nicht reinfallen. Ich sehe gerade hier ist ein Labyrinth. Und wir können so, hast du so eine blaue Keule? Ja, damit können wir höher springen. Ja, damit können wir ein bisschen höher springen. Das ist auf jeden Fall nicht verkehrt, das Ding. Das ist schon mal nicht verkehrt, ja. So. Und ey, du musst dich unbedingt beeilen, weil die Säure ist heute richtig, richtig gefährlich. Okay, also die dürfen wir auf jeden Fall nicht berühren, oder was? Nein, nein, nein. Sonst verätzen wir. Die ist vor meinen Augen runtergefallen, aber der schafft es noch. Der lebt noch, lol. Hä? Wo langs? Oh Gott, schnell voll raus hier. Ich glaube, da war gerade ein Abkürzchen, wie wir hätte nehmen können. Nein. Hä, wo lang denn? Hier, hier, hier. Bei der Orangen. So, dann können wir durch. Oh nein. Die Säure kommt schon. Oh mein Gott, da steigt sie, da steigt sie. Alter, war das ganz hart. Hä? Wie soll man jetzt davon hinkommen? Nein, nein, nein. Wir müssen den grünen Schopf drücken. Hier ist der Knopf, der Knopf. Gott, der Knopf. Ich drück, ich drück, ich drück. Drück, 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 drück. Ich opfer mich. Ja. Was ist das denn? Ja. Man kam nicht mehr zurück. Man kam nicht mehr zurück. Danke, du bist opferd. Ich bin gestorben. Ach, Mann. Oh, oh. Ey, ich werde das noch niemals überleben. Die Säure ist direkt unter mir, ne? Ich kam nicht mehr zurück, das war voll veräppelt. Ey, die ist jetzt, wo muss ich denn jetzt hin? Zeitbar. Du bist der letzte Überlebende. Digga, wie soll ich das da hin? Ich muss da hin zum Knopf hingehen, was? Das schaffst du nicht. Das schaffst du im Leben nicht. Das schaffen wir auch niemals alleine. Und weißt du, was das Problem ist, dann geht die Röhre weg, glaube ich. Ah, lauf schnell. Ah, nein. Ey, wie soll man das nicht schaffen? Okay, das musst du im Fall noch machen. Ja, das musst du im Leben echt mit mehreren machen, ne? Beeilung, Beeilung, Beeilung. Lauf, 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 lauf. Wo lang, wo lang? Hier vorne, hier vorne auf der Treppe. Am besten dem folgen, die jetzt ganz vorne sind. Okay, warte. Ja, weil die wissen meistens, wo es lang geht. Los, drück einen in den Knopf jetzt hier. Drück drauf. Ja. Oh mein Gott, Ehrenmann. Ey, nein, was? Du musst den ganzen Knopf drücken. Oh mein Gott, deswegen heißt die auch Komplexität, weil es so schwer ist. Drück drauf. Ja. Du korrekter. Das ist ja voll unfair. Nicht berühren, nicht berühren, nicht berühren. Oh mein Gott, das ist schnell. Nicht die Teile berühren. Oh mein Gott, okay, warte mal, ich drück auf den nächsten Knopf. Einer ist draufgegangen, einer ist draufgegangen. Ich tue auch mal was fürs Team. So, zack, draufdrücken hier. Ja, ist draufgedrückt. So, okay, weiter geht's jetzt hier. Ja, ja, hier. Oh mein Gott, das Holzbrett hoch. Also, das Ding ist, hier darf halt die Säure nicht so schnell kommen, ne? Oh mein Gott. Du darfst hier auch nicht draufgehen bei den Sachen, weil sonst war's das mit dir. Hier, zack. Ich weiß, ich weiß. So, ich drück jetzt auch nicht drücken. Ich hoffe mal nicht, dass die Säure jetzt so schnell sch... Die Säure steigt. Die steigt richtig schnell. Die Säure steigt schon, die steigt schon. Die steigt richtig schnell. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen können, aber egal, weiterlaufen, weiterlaufen. Ey, das ist viel zu schnell. Wie soll man das denn schaffen? Ey, schnell, weiter, 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 hör, 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 hör. Ich beeil mich doch schon. Oh oh. Wir müssen hochkommen, das ist zu weit, zu lange gerade. Oh oh. Drück auf den Knopf. Nein. Drück auf den Knopf. Was macht die denn? Das macht die. Ey, das kann ich nicht. Nein, ey. Malta. Ich kaufe mir jetzt die goldene Coil. Was kostet die? Ich habe die schon gekauft. Ich habe jetzt die goldene. Pass auf, du wirst jetzt sehen, wie ich jetzt absolut jetzt hier... Boing. Ey, du kannst ja... Du hüpft ja viel höher. Ich kann viel höher hüpfen. Das ist ja voll leicht für dich. Naja, ich kann auf jeden Fall noch den blauen nehmen, weil manchmal hüpft man unnötig hoch. Ah, okay, okay. So, hier zum Beispiel. Ich denke mal, dass wir das auf jeden Fall jetzt schaffen. Also, man sieht ja bei dieser Map zum Glück unten das Säure dann, dass die sich da unten... Warte mal, kann ich einfach... Nein. Oh mein Gott. Bist du runtergefallen? Ja, das war Karma. Nein, was machst du? Das war echt Karma gerade. Ey, da muss jemand auf die grüne Kugel drücken. Auf die grüne Kugel dahinter. Ich weiß, ich weiß, das hat noch keiner gemacht. Doch jetzt. Er drückt gerade drauf. Er drückt gerade drauf. Mach, du Ehrenmann. Ja, er hat hier den Weg frei gemacht. Ja? Okay, ich komme jetzt. Ich komme jetzt. Oh nein, ich bin viel zu spät dran. Das Gute ist, jetzt habe ich zum Glück das goldene Ding und ich kann einiges... Oh, ich kann einiges überspringen. Wir haben gute Höhe gerade schon. Ey, ich fall wieder runter. Nein. Ich glaube, das goldene Ding war doch nicht so praktisch, oder was? Weil die Decke da oben ist und die Decke ist schon praktisch jetzt gerade gewesen, muss ich sagen. Da haust du dann so gegenmäßig, oder was? Und dann die Säure. Die kommt, die kommt, die kommt, die kommt. Die Säure kommt, die Säure kommt, die Säure kommt. Ey, ihr macht mal richtig Höhenmeter jetzt. Geil, mit den Treppen. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Stimmt, 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 das ist wichtig. Du machst du richtig Höhenmeter. Das ist richtig wichtig. Da unten bist du, da unten bist du. So, ich bin direkt hinter dir. Ich habe euch jetzt gleich wieder eingeholt. Ja, du bist echt schneller als ich. Sehr schön. Hier gut. Hier rüber. Jawohl. Hey, oh mein Gott, war das knapp gerade. Ja, guck mal, ich kann... Warte mal. Wo müssen wir hier hin? Ich bin vor dir. Hä, wo bist denn du? Ich bin hier. Ja, so. Ja, ich bin direkt vor dir jetzt. Ja, okay, okay. Ich dachte gerade... Hä, das ist aber jetzt gefühlt voll umweg gewesen. Ich hätte hier direkt drauf springen können. Ach so, hast du direkt drauf gekonnt? Ja, ja, glaube ich schon. Egal, jetzt sind wir auf jeden Fall hier weiter. Ja, ja, wir sind immer Hauptsache Höhenmeter machen, weißt du? Wir sind hier auf jeden Fall gerade Platz eins. Oh, die Säure. Oh mein Gott, ich steige voll schnell jetzt schon. Ich steige gerade mega schnell. Oh, oh, wenn man jetzt hier runterfällt, dann war es das. Hey, wenn du jetzt runterfällst, dann war es das echt... Oh mein Gott. Oh mein Gott, bitte, 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 bitte nicht runterfällt. Komm schon, hoch, 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 hoch. Wir sind fast... Oh nein, was ist denn das jetzt auf einmal hier? Sind wir fast oben, sind wir fast oben, oder was? Hier sind so rote Teile. Nein, da kommt noch einiges, da kommt noch einiges. So. Hier, die Felder. Okay, ich kann da zwar auf einmal überspringen, das ist wichtig. Oh, ich glaube, ihr werdet hier drauf gehen. Ich glaube, ihr werdet hier drauf gehen. Nein, bitte gönnen. Komm schon. Als wenn man Lust um eine Verrohrmacht schafft. Ja, ja, pay to win. Nein. Komm schon. Die ist gestorben vor meinen Augen. Was, warum das denn? Die ist gestorben vor meinen Augen. Und jetzt schönen Höhenmeter machen. Schönen Höhenmeter machen. Oh nein, das ist schwer. Oh mein Gott, das muss man hier gleich nochmal runter, ne? Das ist das Problem. Oh nein, wieder runter? Nein, da sehe ich mich nicht. Da sehe ich mich ganz und gar nicht. Das ist das Problem, das gerade. Nein, runter hier jetzt schnell. Auf die Säure, beeil dich die Säure. Und wieder hoch, und wieder hoch. Ich laufe hier um mein Leben. Ich laufe wirklich um mein Leben gerade. Ich kann ja, das Gute ist, ich kann ja wieder mal ein paar überspringen. Was wichtig ist. Ja, du kannst vor allem auch sehen, wo man schon hin muss und sowas. Ja. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich bin hier wirklich der Lone Survivor hier. Ich bin hier der Einzige, der hier nicht pay to win macht. Ich weiß, ich weiß. Hier, so. Wir sind die beiden letzten Überlebenden. Oh Gott, wo bin ich jetzt? Ich bin schon fast an der Decke. Oh mein Gott, bitte. Hier vorne kann ich rausgehen. Kass mal, ich sehe dich. Ja, bitte. Du schaffst das. Bitte. Es wird eine knappe Kanonkugel. Du schaffst das, du schaffst das, du schaffst das. Das schaffe ich. Ich gehe hier raus schon mal. Ich glaube, ich muss jetzt hier irgendwo hingehen. Warte, war ich hier? Hier wo lagen, wo lagen? Hier oder was? Ich springe durch, ich springe durch. Ja, okay, ich habe schon mal, diese Map haben wir schon mal geschafft, Leute. Yeah, okay, sind wir anscheinend hier in so einer krassen Stadt, ne? Ja, Mann, aber was ist das für eine krasse Stadt? Okay, auf jeden Fall schon mal gut, dass man hier so ein großes Loch hat, wo man rausklettern konnte. Hier vorne ist so eine Eingangstür, siehst du das? Ja, aber wir müssen ja hier hochklettern einfach. Man kann hier aber das Haus hochklettern. Man kann hier aber das Haus hochklettern. Ah, okay, okay, okay. So, jetzt hier vorsichtig ist. Kann ich hier drei Dinge auf einmal springen? Ja, kann ich. Okay, selbst. Guck mal, jetzt bin ich die Erste. Ich bin der Erste, siehst du das? Die Laser darf man auch nicht berühren, weil sonst gehst du auch drauf, ne? Ich bin der Erste. Ja, du kaufst ja auch irgendwas für Robux. Hä, gar nichts. Kein Wunder, dass du der Erste bist. Gar nicht, ich bin mit der Blauen, ne? Das ist ja schon bewusst. Hier lang, so, ja, 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 okay. Guck, ich bin der Erste mit der Blauen. Hi, 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 hi. Ja, die sind doch, die beiden direkt vor dir, sag mal, das ist doch nicht Erste. Ja, wo sind vor mir? Ja, jetzt gerade hast du die überholt, ne? Nee, nee, ich bin schon die ganze Zeit. Guck mal, jetzt mache ich euch sogar noch den Knopf da auf, ne? Gern geschehen. Ja, korrekter Typ ist du. Oh mein Gott, das ist schwer. Oh mein Gott, wie viele fallen da runter? Nein! Was? Ich bin auch runtergefallen. Machen wir dich an Ehren, Mann. Hast du die Goldene? Nee, nee, hab ich leider nicht. Du musst dir die Goldene holen. Nee, 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 ich muss nur wieder durchziehen. Ich schaffe das ohne Pay to Win, Digga. Ich fühle die nicht in Europa. Ich sag dir, dass du draufgehen wirst, weil du runtergefallen wirst. Nein, 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 nein. Oh Gott, nur einer von diesen Dingen. Ey, ich fall wieder, ich fall wieder auf den Boden. Ja, ich sag's doch, ich sag's doch. Ey, Manno. Ha, ha, also warte, ich hol jetzt die Goldene. Ich tüte das Ding jetzt hier ein. Neeein. Wisst du mich? Du kannst mir, glaube ich, zugucken. Alter, wo bin ich denn jetzt hier? Irgendwie so ein komisches Treppenlabyrinth. Was ist das für ein Geheingang, sag mal? Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Sehr gut. Schau, wie hoch ich jetzt hier springen kann. Das ist so. Ja, sehr schön. Noch eine Runde. Dann musst du in die Häuser mal rein, ne? Ey, guck mal, das schaffst du auch nur mit der Goldene, ne? Das war ja wieder klar. Nee, nee, ich hab jetzt gerade nur die Goldene ausgewählt. Das war ja wieder klar. Nee, komm, ist ja wohl klar. Du hast die Goldene ausgewählt. Das war gerade wieder richtig knapp. Alter. Schau, wie du damit abkürzen kannst. Das ist richtig unfair. Tja, oh mein Gott, die Säure ist toll. Obwohl ich Gold habe, ist die Säure fast schon bei mir, ne? Also ich glaube, manche Maps kann man nur mit Paid Wind besiegen. Ich erinnere mich auch daran, dass das irgendwie richtig schnell geht da oder so. Na, guck mal, wie nah die Säure ist. Aber ich bin mal gespannt, ob du es bis zum Ende schaffst. Ey, wie nah ist die denn mit der Säure jetzt schon die Säure? Die ist schnell, die ist schnell, die ist schnell. Da hast du keine Müdigkeit vorschätzen. Die ist extrem schnell. Also ich glaube, ich bin gerade der Einzige, ne? Nee, zwei sind da am Leben, steht da. Nee, noch ein anderer, noch ein anderer. Und der andere zieht auch richtig gut durch. Und jetzt muss ich hier lang, oder was? Hier durch. Ich bin lang. Ah, hier lang. Hier exit, exit, ja, da, da. Oh mein Gott, die Säure ist, glaube ich, die ist gleich schon da. Oh nein. Ey, obwohl ich die Goldene habe, ne? Was ist das? Ja gut, das schaffst du aber noch, das schaffst du noch. Ich bin noch der Letzte jetzt, aber trotzdem, wie krass, bitte schon. Nee, nee, guck mal, wie wenig ich jetzt hier hochgehe. Das könnte eng werden jetzt, obwohl ich die Goldene habe, ne? Ja, stimmt. Die Goldene bringt halt nur, die Goldene bringt so gesehen nichts, weil du kommst genauso weit wie mit der Blauen. Du kommst halt nur höher. Bei manchen Sachen, also man muss halt schlau abkürzen machen mit der Goldene. Die Säure ist so nah dran schon, hau ab, Säure. Ja, jetzt hast du ja genug Abstand da, das schaffst du ja easy, guck mal. Ja, jetzt kann ich, oh, ja, ist schon draußen jetzt hier. Ja, guck mal, nach ganz oben und das war's, siehste doch. Guck mal, haben wir auf jeden Fall die Stadt-Map auf jeden Fall auch geschafft. Auch die nächste Karte, nicht schlecht, sehr, sehr gut. Und weiter geht's hier, sehr schön. Und weiter geht's zu der nächsten Map. Ich komme, Kaspar, oh nein. Sieh zu, sieh zu, du bist ja von spät schon, los. Ja, ich habe alle, ich hole mir meine Cola, blockst die Cola. Ja, was bringt die? Ja, ich glaube, du bist doch echt ein bisschen schneller oder sowas. Nein, nein, leider nicht. Aber ich habe, warte, ihr seid vorne, das ist schon mal wichtig. Warte mal. Ja, wir ziehen hier auf jeden Fall alle gerade sehr, sehr stark durch. Ich habe Angst, dass die, was machst du? Was machst du? Boi! Als wenn, als wenn! Das glaube ich nicht. Das ist ja so verrückt. So, jetzt bin ich wieder bei euch, kein Problem. Alles entspannt. So, hier lang, zack, auf die Röhre drauf. Bist du noch irgendwas Grünes hier aktivieren? Ich weiß noch nicht, ne? Ich glaube mal, ja. Ich glaube, da wird später irgendwas kommen oder so. So, jetzt hier rüber. Zack, auch noch mal. Wir kommen aber echt gut voran gerade. Es leben noch 14 Leute. Also, so schwer scheint die Karte hier nicht zu sein. Nein, nein, so schwer scheint es nicht zu sein. Hier rüber. So, hier musst du auf jeden Fall noch mal rüber. Du springst hier so viel auf einmal. Gar nicht. Natürlich, du bist voll schnell. Hier. Hä? Da oben musst du auf den Knopf drücken. Ah, die drückt schon. Nee, warte. Die muss auf den Knopf drücken. Alter. Oh mein Gott. Alter, ich dachte gerade. Oh mein Gott, das war weg doch für eine Sekunde. Hier ist auch noch ein grüner Knopf, den ich gerade gedrückt habe. Okay, drück drauf, ja. Säure! Säure drückt zu hoch. Was? Oh mein Gott, ich habe irgendwas Falsches gedrückt oder so. Oh mein Gott. Der Pömpel geht, glaube ich, weg. Leute, stimmt. Ja. Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und jetzt rein hier. Wir können durchgehen. Ah. Aber du musstest voll lange warten, ne? Ist das der richtige Weg? Ja, ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Sonst wäre es nicht da. Dann kann man hier raus und hoch springen. Ey, das ist ja mega cool. Ach, was. Okay, sehr, sehr gut. Und hier geht es jetzt hoch. Hier durch, hier nach oben und raus hier. Boing. Wir dürfen die Säure da nicht berühren, die da auf dem Boden war gerade. Boing, boing, boing. Ey, wir sind die Top 3 gerade, ne? Du bist ganz vorne. Und jetzt da noch eine andere und dann komme ich schon. Die überhole ich auch gleich nochmal. Hier, zack, hier rüber. Ich komme mir gerade echt ganz gut voran mit dem goldenen Ding. Ja, ich auch, muss ich sagen. Das waren die besten 250 Euro-Bucks, die ich jemals investiert habe. Ja, ja, okay, okay. So, zack, hier rüber. Ich bin sogar vor dir gerade. Hey, Alter, du blockst mich oder sowas. Nein, habe ich heute nicht geblockt. Natürlich. Oh mein Gott, wieso steigen wir so schnell? Ich weiß, die steigen wir mega schnell. Ich weiß, die steigen wir mega schnell. Schnell, wir müssen hier hochgehen. Die Säure kommt, die Säure kommt. So, boing, boing. Oh mein Gott, das war krass. Wo müssen wir jetzt denn? Du musst hier den Knopf drücken. Drück drauf, drück drauf. Ich habe drauf gedrückt, ich habe drauf gedrückt. Und jetzt? Nein. Da, es lärts, ich lärts nicht. Wie kommen wir jetzt noch rüber? Jetzt so. Jetzt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Schnell nach oben, schnell nach oben, schnell nach oben. Ey, jetzt häng ich hier fest. Hier hoch oder was? Ja, hier rauf, hier rauf. Ey, bei sowas hier kannst du ja mega abkürzen, ne? Ja, ja, das ist doch gar nicht so leicht, wie man denkt. Ah doch, jetzt, okay. Okay, hier rauf. Alter, wie hoch geht denn das hier noch? Wie hoch geht das noch? Ja, bis du nach oben gingst du? Die ist schon drungen drin, die Säure. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Das Glas füllt sich. Du darfst nicht runterfallen jetzt. Ja, wenn du jetzt runterfällst, war es das mit dir. Ich bin am Ende. Ja. Sehr gut, du musst jetzt hier, hier außen weiter, die Leiter aufklettern. Hier sitzt so ein Ninja. Kammer, warum da unsere Ninja sitzt. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das wird knapp, das wird knapp. Das wird mega knapp, Kaspar. Das wird knapp. Muss ich beeilen. Wieso wird das so knapp auf einmal? Muss ich denn jetzt lang? Kaspar, spring. Wieso wird das so knapp auf einmal? Beeil dich. Ich gucke dir zu, du schaffst das. Nein. Hier wird es nicht höher. Nein. Nein. Du schaffst das. Nein. Nein. Was ist das denn? Ey, Digger, ich habe gesprintet wie ein junger Weltmeister. Direkt vorm Ziel war das, ne? Ey, Bro. Was ist das? Das ist so ein Pay-to-Win, dieses Müllspiel. Jawohl. Was soll das denn? Ein Wissenschaftler aufgeworfen jetzt. Bäm. Alter, guck dir diese krasse Map an. Ich muss direkt durchziehen. Ich muss direkt durchziehen. Ich habe jetzt keine Müdigkeit vorgestellt. Das ist richtig, ich habe die auch aus einer Monochrom. Ja, schwarz-weiß. Also, wir müssen auf jeden Fall... So, ich probiere es auf jeden Fall, das Ganze zu machen, ohne... Ohne runterzufallen, weil es sogar... Hä? Wie soll man den Sprung denn schaffen? Hä? Was war denn gerade da los? So, jetzt hier müssen wir weitergehen. Ich schaffe den Sprung noch nicht mal. Jetzt habe ich ihn. Ich mache etwas Grünes hier auf, glaube ich. Alter! Oh mein Gott, wie ehrenlos mit dem Laser da eben. Warst du da auch schon? Ich habe mich gerade was aufgemacht, das ist hier mit dem grünen Topf. Oh mein Gott. Okay, korrekt, korrekt. Hier lang. Sehr gut. Und jetzt hier über die Bälle rüber, oder was? Wow, ich kann den mega hochspringen. Oh mein Gott. Du darfst nicht die Laser berühren da, ne? Ich weiß. Nein! Ah, halt's auf. Ich bin mit dem Kopf dagegen gekommen. Oh mein Gott, hier kommen so Teile raus. Hä? Auf der Wand. Das ist so blöd. Ey, die Möhe ist ja übertrieben schwer. Ja, aber du bist doch gleich schon oben, oder? Hä? Du hast ja schon das Ziel da oben. Oh. Hä? Das Ziel ist da oben. Guck dir an, wie schwer das ist. Dann musst du doch nur hoch da vorne und dann warst du das schon, glaube ich. Ah! Alter, du... Nein! Das glaube ich nicht. Was machst du? Weil ich gegen die Decke geklatscht bin. Ach was. Ey, das war auch so schwer, schade. Das war echt ein schweres Level, muss ich sagen. Guck dir das mal an. Der krasse Jenga-Turm, Kaspar. Da ist der krank und wir müssen überleben hier drauf. Ich weiß, da vorne ist der Typ jetzt... Oh, er kommt grad schon, ne? Oh mein Gott, er schmeißt ein Auto, pass auf. Oh mein Gott. Er hat grad schon einen rausgehauen. Ich seh's gerade, oh mein Gott, ich hab echt Angst, dass die seh's, ja, das Loch da. Aber ich hab Angst, dass der jetzt hier gleich irgendwie den richtigen Stein wegkaut und der runterkaut. Ich hab auch Angst, guck mal, jetzt hat der grad schon einen von oben runtergehauen. Das kann sein. Oh Gott, ich will jetzt nicht getroffen werden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir stehen auf der Klippe. Wir stehen irgendwo auf der... Ah. Oh mein Gott. Alter, hast du das gerade gesehen? Alter, er schmeißt hier mit Autos einfach. Warte mal. Nein, 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 nein. Bist du am Leben noch? Hilfe, Kaspar. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Hilfe, das ist gut. Du musst hier runterkommen, du musst hier runterkommen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich da runterkommen soll. Oh Gott, der ist es... Er schmeißt auf... Er schmeißt... Oh mein Gott. Alter. Ich überlege grad, ob Stau ist vorne oder hinten zu stehen. Na? Ich glaube, du musst... Oh nein. Nein. Was? Du wurdest geholt, oder was? Ja, ich bin draufgegangen. Oh nein. Er hat sich dann auf mich geworfen. Oh, er hat grad das Ding umgestellt. Oh nein. Alter. Ich wurde doppelt weggesmashed. Wie kann das sein? Er hat richtig viele geholt gerade. Aber ich glaube, es ist schlauer, vorne zu stehen. Yo. Wir sind jetzt einfach auf goldenen Blöcken. So Bronzegold. Alter, wie cool die aussehen. Aber warte mal, da unten ist der Typ, der wirft, ne? Ich weiß, ich glaube, der hat jetzt irgendwie so 30 Sekunden Zeit, um zu werfen. Sonst gewinnen wir das Ganze. Ach was. Okay, also bin ich ja mal gespannt, ob der das drauf hat. Gucken wir mal. Da kommt der. Er hat einen Burger und... Was? Oh, der hat schon einen Block rausgehauen, ne? Das heißt, der hat gefährliche Sachen auf ihm fangen. Stimmt. Der hat... Oh Gott. Nein. Der will uns komplett zerstören. Das gibt's komplett. Ich weiß. Der will uns komplett zerstören. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich bin gesprungen. Ich bin hier oben. Hast du es überlebt? Ich bin hier oben, ja, ja. Ich bin im Recht. Ich bin aufgegangen. Alter, es ist richtig viel gestorben. Da musst du richtig in Richtung Moment springen. Oh, jetzt überlegt. Oh mein Gott. Oh, pass auf da. Oh, der eine Block. Ich sehe jetzt hier den Burger. Nein, nein, nein. Locker holt er jetzt den Block. Ich wusste es. Ja. Ich bin Profi. Ich bin Profi. Oh mein Gott. Aber der ist auch gut. Der Typ ist auch gut. Ich werde jetzt das Ganze gewinnen. Ich werde jetzt Jenga gewinnen. Pass auf, wir müssen wieder den Blau abwerfen. Pass auf, pass auf. Jetzt springe ich in den Moment. Der ist weg. Hä? Der ist nach rechts gegangen oder so. Ja, er will was aus. Er will was aus. Er hat tiefer gestellt. Oh nein, oh nein. Er hat tiefer gestellt. Okay, jetzt muss ich schnell. Pass auf, jetzt wird's blau abschießen. Oh mein Gott. Ich wusste es. Ich wusste es. Ah, er hat jetzt die Rampe am Start. Jo, jo, jo. Er hat direkt schon wieder was rausgehauen, glaube ich. Er hat direkt schon wieder was rausgehauen. Okay, ich muss jetzt gucken. Wenn du wüsstest, was der hier gerade macht, ne? Alter, das geht so ab gerade. Der haut die blauen Blöcke komplett weg gleich. Die blauen Blöcke sind tiefer gestellt, die Rampe. Nein, nein. Was? Du hast gewonnen. Oh mein Gott. Du hast gewonnen. Ich hab Jenga gewonnen. Ja, besser ist das auch. Aber ich will auch mal Jenga gewinnen. Ich will auch mal werfen. Ich will dich. Ja, du musst auch noch gewinnen. Stimmt, stimmt, stimmt. Okay, warte mal. Oh, das macht auch voll viel Spaß, ne? Guck mal zum Video. Ja, ich bin sehr gespannt, was der jetzt... Oh Gott, da schmeißt schon was. Oha, er hat direkt schon so ein Ding fast rausgehauen. Ja, ja, ja. Das fängt so auf halb acht, hängt das oben raus. Oh, ja, ich seh's gerade. Oh, noch so ein Ding. Aber es macht nicht viel Power. Hat er die gleiche Stelle nochmal getroffen? Ja, ja, ich glaube, er will den kompletten Turm einkrafen. Ach, was? Was echt nicht verkehrt ist. Hey, da unten sind zwei Leute jetzt. Ich seh's gerade. Hä? Die fallen alle runter. Die kehren sich alle. Was machen die denn? Ich glaube, es ist schlau, da unten zu sein oder so. Deswegen macht man sie von unten. Oder? Ist das schlau? Ich weiß es nicht genau. Oh! Oh mein Gott. Ich weiß es noch nicht. Oh mein Gott. Er kann unten ja nicht abwerfen, weißt du? Ja, der haut hier wirklich gerade die krassen Sachen raus. Nein! Nein, oh mein Gott. Yo! Pass auf, das ist voll schräg hier schon, die ganze Sache. Ich weiß, es ist richtig schräg gerade. Oh! Oh! Oh mein Gott, ja. Er hat's gerade gemacht, cool. Oh, warte, er hat's echt gerade gemacht. Wir müssen im richtigen Moment springen. Wow! Oh mein Gott. Denk dran, wir müssen im richtigen Moment springen, das ist das Wichtigste. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Und nicht gegen die Wildtonne springen, weil jetzt ist die Höhe. Oh mein Gott. Oh Gott, wie lange überleben wir hier? Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen, ehrlich gesagt. Jetzt geht's hoch, jetzt ist es hoch. Safe goal. Ja, ich wusste es. Oh ja, 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 das war ja klar. Er muss die Rampe verstellen. Ha, ha. Ja, mach mal schön. Wollen wir auch unterspringen? Ja, aber es sieht gut aus für uns. Guck mal, wie viele Leute leben noch? Fünf Leute. Es sind immer fünf Leute. Und die meisten sind hier unten. Oh, pass auf, er ist umgestellt. Er ist umgestellt. Pass auf, ich muss springen, Kaspar. Ich muss springen. Oh mein Gott, was ist das? Alter, was? Ich bin hier unten. Was? Ich bin hier unten. Oh oh, verdammt. Oh mein Gott. Nein, es gibt jetzt auch einen unten. Es gibt auch einen unten. Okay, dann lass... Warte mal, wir treffen uns, oder? Denk dran, du musst vorne, du musst vorne stehen. Vorne stehen ist, glaube ich, die Meta. Oh, er kommt, er kommt. Er hat die Rampe wieder verstellt, Kaspar. Er geht auf meine Seite, oder? Oh, nein, 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 nein. Ich bin hier ganz oben, dich auf noch. Los, hol ihn da unten. Mit der dicken Mülltonne. Oh mein Gott, was macht der? Glück gehabt gerade. Was macht der? Oh Gott, der trifft aber nicht. Wieso stellt er die höher? Oh Kaspar, jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Oh mein Gott, ich bin runtergesprungen im richtigen Moment. Clever. Alter, es ist die letzte Ebene. Nein. Nein. Alter, du bist einfach beim letzten raufgegangen. Ey, es war so knapp gerade. Guck mal, jetzt der hat gewonnen, der ist mit dem Punkt. Er geht auf den Punkt und hat gewonnen. Nein. Ey, du warst einfach beim letzten, Kaspar. Es gibt auch Leute, die können auch so richtig krasse Sachen werden. Wir haben so Autos und sowas, ne? Ja, du kannst das da auswählen. Ich hatte das schon mal gesehen. Du kannst da so alles auswählen, was du willst. Ich weiß, das ist so richtig, richtig crazy. Ich glaube, die Mülltonnen sind tatsächlich am schlausten, wenn einer von uns werfen sollte, weil die am größten sind. Ja, ich glaube, die sind... Also, wenn wir die auswählen können. Ich weiß ja nicht. Ich war ja noch nicht Werfer. Ich würde gerne mal Werfer werden. Ja, ja, ja. Ich sag dir, das ist nicht... Oh, Gott. Was macht der? Ein Ding ist schon raus. Wir müssen uns jetzt zum Eingriffen bringen. Ey, der kommt mal, wie die schafft. Den Sprung einfach da rauf. Ehrlich? Oh, mein Gott. Oh, nein. Oh, nein. Bist du runtergefallen? Ja, der hat mich direkt runtergekickt. Alter. Okay. Oh, 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 oh. Pass auf da. Oh, Gott. Jetzt wird er hier oben hinwerfen. Der letzte da oben drauf, ne? Oh, Alter, als wenn du es schaffst. Hättet ihr nicht draufgegangen? Die liegen hier. Die sind, glaube ich, draufgegangen. Nein. Der hat mich direkt erwischt. Oh, ich bin Werfer, Kasper. Oh, nein. Hier kann man seine Geschwindigkeit einstellen. Dumpstar. Ja, da bin ich aber gespannt, ob du das kannst, ob du da richtig schmeißt. Pass auf. Ich stelle sie jetzt hier hin. Das war der Place Object. Und boom. Ja, mach mal. Oh, oh. Oh, Gott. Wie konntest du das einfach hinsetzen? Ja, du musst schon auswählen, ne? So, ich muss meine Rampe ein bisschen höher machen. Okay. So, vielleicht. Du wirst mich hier oben niemals bekommen, weil du so schlecht bist. Also, ey, ich gedampter. Du willst die ganzen Turme umschmeißen, oder was? Ne, pass auf. Ich muss die Rampe noch ein bisschen höher machen. So, und ich kann meine Speed auch noch erhöhen. Ah, ne, geht nicht. Die lachen dich hier oben alle schon aus. Hallo, warte mal. Ab jetzt hier. Die lachen dich hier. Oh, Gott. Zack. Die lachen dich hier alle schon aus. Okay, es kommt hier. Oh, nein. Das auch noch. Oh, Gott, oh, Gott. Oh, jetzt springen die schon die ersten runter. Ihr Schlawiner. Zack, yeah. Wow. Das war ja ganz, ganz, ganz gerade. So, jetzt habe ich hier die Rampe ein bisschen kleiner gemacht, weil... Es sind schon einige gestorben. Warte mal, ich will mal ein anderes Objekt auswählen. Ich habe jetzt... Ja, mach mal, mach mal. Oh, ich kann auch eine Bombe wählen. Hä, Leute, der ist tot hier. Hängt da einfach in der Luft. Zack. Wow, Alter. Wo fliege ich denn hin? Ich bin im Weltall. Hä, ich habe einfach eine Bombe gewählt. Ich bin im Weltall. Boom. Digga, du hast mich komplett ins Weltall gehauen. Okay, warte mal. Ich habe noch ein paar andere Objekte. Wo bin ich hingeflogen? Guck mal, jetzt sterben die alle, weil du... Ich habe das alle weggehauen. Ich glaube, die sterben alle noch, weil die alle noch geflogen sind. Ich habe hier oben noch einen Truck. Warte mal, ich kann einen Truck platzieren. Der ist richtig groß. Ey, du hast dich ja innerhalb von fünf Sekunden gekillt. Ja, es sind nur noch fünf... Wo sind denn die ganzen fünf Leute? Vier Leute noch. Die sind alle in der... Du musst ja dies hier in der dritte Reihe treffen. Okay, pass auf. Jetzt kommt hier der Truck. Und jetzt... Und jetzt... Oh, nee, niedriger, niedriger noch mal drei Stufen bestimmt. So, und jetzt... Warte mal, Truck, Auto, Bowlingball. Warte mal, ich habe jetzt einen Bowlingball. Zack. Oh, oh. Warte mal. Warte mal. Warte mal, jetzt mache ich so, dass ich den... Das gelbe, das gelbe links. Das gelbe links links. Ich weiß, ich weiß, jetzt... Zack. Ja. Das war's. Hä? Einer ist da noch irgendwo. Einer ist da noch irgendwo. Ich sehe den gar nicht. Der ist weggeflogen. Der fliegt ins Weltall geflogen, glaube ich. Wie, der ist ins Weltall geflogen? Ich glaube, der fliegt immer nicht. Ich glaube, das kannst du gar nicht gewinnen. Hä? Der ist nicht mehr auf dem Jenga drauf. Warte mal, der muss auf dieses Ding drauf drücken. Auf diesen blauen Punkt. Ja, das schafft der nicht. Dann hau mal alle Steine runter. Ja. Was? Ey, Werfer zu sein ist übertrieben cool. Ich will das auch mal machen, sag mal. Ja, ja. Oh Gott. So, oh nein. Jetzt weiß ich auch, was der so alles einstellen kann, ne? Ja, also Geschwindigkeit, Rampe und... Ey, guck mal, der schmeißt... Er hat jemanden geschmissen. Dich selber oder so. Ja, der hat echt jemanden geschmissen. Und du musst die Rampe halt viel höher einstellen. Ja, Mann. Der hat jetzt erst mal unten wieder weggehauen. Ja. Oh ja. Oh mein Gott. Aber nicht, dass der ganze Turm auf einmal umkippt, ne? Oh mein Gott. Es gehen alle runter. Ich glaube, das ist voll clever. Ich mach jetzt auch mal. Ich will jetzt auch runterspringen. Ich bin unten. Was machst du? Oha, ich bin direkt hier unten. Ich trau mich das nicht. Mit vier anderen. Ah, der geht nur auf unten. Pass auf. Ich wurde geholt. Jetzt. Komm schon. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Der wird uns niemals verholen. Ich will jetzt einmal gewinnen. Komm, gönn doch. Ja, pass auf, wir gewinnen jetzt. Das ist jetzt die Gewinnerrunde. Okay, okay, okay. Ich hab das auch in den Hut. Oh, der hat jetzt, glaube ich, hier... Oh, der macht denselben Fehler, glaube ich, wie eben. Der hat jetzt auch seine Bote. Oh nein. Oh. Der ganze Turm wird jetzt nicht umkippen. Nach vorne. Geh hier hin. Geh nach hinten. Der wird nach vorne umkippen. Wieso? Pass auf. Der wird gleich nach vorne umkippen. Ich sag's, du bist jetzt... Oh ja, du hast recht. Oh ja, du hast recht. Es sieht auch ganz schrecklich aus. Oh nein. Jetzt doch wieder gerade. Nee, nee. Jetzt wird eine Sache... Eine Sache wird es weghauen. In welche Richtung kippt er jetzt um? Oh. Oh Gott. Das ist gerade sehr kritisch. Er kippt gleich. Er kippt gleich. Geh hier rüber. Geh hier rüber. Er muss hier rüber. Oh. Ey, es war so knapp. Ich hab's nicht geschafft. Ich war einmal drauf und dann bin ich wieder runtergefallen. Alter, du musst jetzt nur den Knopf freimachen. Und wir sind fünf Leute, die hier beim Knopf sind. Ey, der wird jetzt einmal krass schießen gegen diese beiden Sachen da. Und dann war's das mit euch. Der hat... Ja, ja. Nein, nein. Der hat verloren, Digga. Guck mal, der Knopf ist schon fast da. Rüber drauf. Geht ja, wir können nicht ganz. Der muss frei sein. Oh, warte, hin mir fast. Wir schieben das alles weg. Wir gewinnen. Drei, zwei, eins. Sehr gut. Ja. Ja, wirfst du? Ich kann werfen. Okay, Kaspar, sehr gut. Oh mein Gott, hier das Boot. Oh, wirfst du nicht mit dem Boot? Okay, jetzt weiß ich auch, wie das funktioniert. Ich mach erstmal die Rampe ein bisschen höher. Dann testen wir das Ganze mal aus. Ich würde sagen, zack. Wow. Okay, ich muss noch ein. Du bist ja richtig schlecht. Ich will aber... Du bist ja richtig schlecht. Du sagst nicht. Guck mal, wie viele da gerade runterfallen. Dann guck mal da, wie viele runterfallen. Du bist ja richtig schlecht, Kaspar. Aha, richtig schlecht. Also, dann mach ich mal den hier. Ja, es war voll schlecht. Du hast noch nicht mal ein Ding weggemacht. Hä, ich hab gar keinen Truck. Doch jetzt hier. Truck, bam, und boom. Also echt, das ist ja übertrieben schlecht. Wieso schlecht? Glaub mal, dass das gleich abgeht. Hä? Glaub mal, dass der ganze Turm gleich runterfällt. Ja, bis jetzt ist ja wie bei mir noch kein Turm runtergefallen. Zack. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich stelle die Rampe mal noch höher. Machen wir mal den hier. Okay. So, 34. Und zack. Okay, okay, okay. Ja. Bam. Was sagst du jetzt? Einen hast du jetzt geholt gerade. Was sagst du jetzt? Bam. Ich sage, früher oder später wirst du hier auch noch runterfallen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. So langsam aber sicher. Ja. So langsam aber sicher. Wirst du rum bei uns das Auto. So langsam hau ich hier wirklich alles weg. Oh mein Gott. Okay, sind wir nochmal zwei draufgegangen? Ja, ja, ja. Das ist er. Ich habe ja genug Zeit. Weißt du, ich muss die Rampe ein bisschen runterstellen hier. Ich bin ja auf jeden Fall gerade noch sehr, sehr entspannt. Okay, machen wir den hier. Bam und boom. Oh mein Gott. Oh, das steht nämlich echt clever da. Die kannst du gar nicht sehen. Jetzt habe ich eine Idee. Bam. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Und zack. Auto direkt nochmal drauf. Es ist aber keiner draufgegangen. Ey, wo bin ich? Oha. Bist du? Hier, ich fahre die Rampe nochmal ein bisschen runter. Zack und boom. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Na, wer ist jetzt gut? Ey, das kann doch nicht sein. Na, wer ist jetzt gut? Und bam. Ja, okay, dann. Jetzt bin ich auch auf deiner Seite. Jetzt holen sie dir alle. Okay, korrekt, korrekt. Ich kill. Ah, ich werde alle killen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist keiner draufgegangen. Ich muss tiefer stellen hier, ne? So, sag mal, wie tief ich ungefähr stellen muss. Ich kann das von hier schlecht sehen. Ja, auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer. Das hier, Truck, stelle ich mal so ein. Weil das Ding ist, dass... Reicht das schon? Ne, ne, du musst ein bisschen höher. Ein, zwei höher. Zu tief. Das Problem ist jetzt bei denen da unten. Du hast so viele, jetzt fünf Leute da unten. Die werden so safe den Knopf geben können. Oh mein Gott. Oh, es sind noch drei. Du könntest gewinnen. Oh mein Gott, Alter. Komm weg mit dem. Ne, jetzt hast du... Oh, jetzt ist Krise. Jetzt ist Krise. Jetzt ist Krise. Okay, warte mal. Es muss ein gezielter Wurf sein. Zack. Nein. 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 Und das war's damit. Nein, das war's. Wir werden gewinnen. Wir werden gewinnen. Komm schon. Komm schon. Der Knopf ist frei. Ein letzter. Hä? Ein letzter noch. Der geht nicht auf den Knopf. Oh mein Gott. Doch jetzt. Nein. Was? Ich hatte doch genau getroffen. Du wirst richtig schlecht. Oh yeah. Pass auf. Oh Gott, oh Gott. Wir müssen das Ding jetzt hier gewinnen. Guck mal, die sind... Ja, ich muss ein Gelb. Es sind welche, diese Popcats. Siehst du das? Ja, stimmt. Ich sehe es auch gerade. Aber Gelb ist ja meine Farbe. Deswegen glaube ich, dass ich diesen Turm hier bezwingen werde. Okay. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Der eine stellt dir auf jeden Fall gerade noch einen. Der will jetzt gerade noch sein... Alter, die Rampe richtig hochgestellt sich gerade. Ich weiß. Oh mein Gott, der sieht aus wie ich von der Ferne. Oh, pass auf. Der schießt ja die Sonne zurück zur Sonne. Pass auf, der hat irgendwas krasses. Der hat nur eine krasse gekaufte Waffe oder so. Oh mein Gott. Oh, der schießt noch zu hoch. Der will jetzt nämlich direkt... Es ist, glaube ich, echt schlauer, von oben nach unten zu gehen. Ja, glaube ich auch. Ja, aber guck mal, der checkt das nicht, Digga, dass er zu hoch steht. Oh mein Gott. Das checkt der gar nicht. Jetzt gleich, jetzt gleich, aber jetzt gleich, aber der stellt, glaube ich, noch tiefer jetzt. Nein, nein, der muss jetzt noch tiefer stellen. Das checkt der gerade nicht. Der schießt jetzt wieder zu hoch. Pass auf. Jetzt stellt er tiefer. Oh, wie viele stellt er tiefer? Oh ne, er wechselt das Material. Er wechselt das Ding. Kann auch sein. Ja, das bringt doch nichts. Der muss die Höhe ändern. Ist so, Alter. Oh, Alter, Mann, das ist doch viel zu hoch. Das ist ein richtiger Dulli. Alter, wie schlecht ist der? Der checkt das ja gar nicht. Guck, er stellt es immer noch nicht um. Was macht der? Hä? Was? Alter. Wie hat der gekillt gerade? Damit hat ja gar keiner gerechnet. Alter, damit hat er gerade richtig viele... Das war auch voll schnell, das Ding, ne? Oh Gott. Er geht auf uns, er geht auf uns. Lass ihn runter springen, oder? Ne, ich weiß nicht, ob ich runtersprungen möchte. Oh, doch, er geht auf uns, er geht auf uns. Nein, jetzt bin ich runter übersprungen. Ja, aber es ist nicht schlimm. Ich auch, es ist nicht schlimm. Okay, komm, wir locken mal hier vorne. Oh, doch. Er hat ihn genau getroffen, glaube ich, gerade. Stimmt. Ich glaube, wir werden genau weggehauen. Hey, guck mal, jetzt sind wir entspannt. Es ist ja viel zu... Oh nein, er stellt es runter oder so, ne? Ja, ja. Die Rampe geht. Er wechselt, glaube ich. Er kann uns nicht, dass er links wechselt. Ja, aber warum macht er denn die Rampe nicht weiter runter? Er muss die... Oh mein Gott. Nein. Nein, du liegst hier. Nein, ich zieh dich hoch. Ich zieh dich wieder hin. Er hat die Geschwindigkeit geändert. Nein, guck's hoch. Ja, Caspar, als ob ich dich nicht sehe. Was geht? Oh, ich sag's dir. Heute wird es mega heftig. Weißt du auch warum? Warum denn? Weil wir heute die Galaxy-Blöcke ausprobieren werden. Wir haben ja zum Beispiel in der letzten Folge hier diese Regenbogenblöcke. Am Anfang hatten wir natürlich dann hier die gelben, dann die lilanen, dann die blauen und jetzt natürlich dann... Die haben wir jetzt gerade leider nicht in der Hand, aber die Galaxy-Blöcke. Und dann werden wir auch in der nächsten Folge die hier ausprobieren. Soll ich dir mal aufmachen? Was ist denn das für einer? Das ist ein Void-Blog. Ich mach den jetzt mal auf, okay? Ich hab einfach 1, 2, 3, 4, 5, 6 Items bekommen. Was? Nee, ne? Was ist denn? Okay. Und ich hab anscheinend auch hier so ein... Was ist das denn für ein Ding? Du, 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 du. Wow. Das ist ein Laserschwert oder sowas. Das sind ganz verrückte Sachen. Aber ich würde sagen, Kaspar, bist du bereit für die Galaxy-Blöcke, dass wir die jetzt kaufen? Ich schau mir jetzt in die Galaxy-Blöcke. Alter, 800 Robux kosten die einfach. Die sind mega teuer, ich weiß. Okay, da müssen die einfach geholt werden. Ich muss auch mal ganz kurz mein Charakter zurücksetzen, damit ich ein bisschen Platz habe. Aber genau, 800 Robux. Sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Du hast sie schon. Okay, Kaspar. Zack, zack. Ey, jetzt hab ich nicht genug Robux. Haha. Och nee. Ich nehm mir vier Stück mit. Bis gleich. Oh, da hat er sich also die Galaxy-Blöcke gegönnt. 800 Robux. Ich sag dir, nicht ohne gewesen. Richtig teuer, muss ich sagen. Aber die sehen echt heftig aus. Guck dir die mal an. Oh mein Gott, wie die auch aussehen. Also, ich mach direkt meinen auf. Ich mach auch meinen direkt auf. Wow. Wow, guck mal hier. Jol, so eine fliegende Wolke. Alter, der Wolkensurfer, sag mal. Die ist sogar voll cool. Die Wolke ist sogar perfekt. Mit der kann man voll gut fliegen. Hau rein. Alter. Ich hab hier nur so ein komisches Ding. So eine Libelle oder sowas. Ich seh's auch grad. Okay, pass auf. Ich mach direkt schon mal mein nächstes Ding auf hier. Oh, guck dir mal das Schwert an. Ey. Zeig mal. Nein. Zeig mal. Nein. Ich hab auch nur ein Schwert. Ah. Lol. Das werden die nicht geholt. Lol. Hä? Was war da denn gerade? Da war so ein Geist oder sowas, ne? Das, das, das war, ja. Alter, ich hab halt. Boah, was ich jetzt hier noch für sperrt hab. Dann hol ich mir halt nochmal hier paar mehr Lucky-Blöcke. So. Oh, was ist denn das? Das kennen wir noch nicht. Oh mein Gott. Okay, du hast die Ironman-Hände. Ich hab dafür diese Hände hier. Komm mal her. Au. Ja. Ah, ich bin hingefallen. Ich hab dir. Schnell weg. Los, greif dir an. Okay, pass auf. Das werde ich mir merken, Kaspar. Das werde ich mir merken. Greif dir an. Komm her zu meinem Zornus. Zu meinem Zornus. Lass dich drauf. Nein. Aua. Greif ihn doch an, du blöder Vogel, Mann. Was macht denn der Vogel? Komm mal, der zieht durch. Der zieht richtig durch, ne? Das zieht richtig durch. Aber das Ding ist, ich hab auf jeden Fall echt... Mann, du hast viel schleckere Waffen als ich die ganze Zeit. Ja, ja. Ich hab auch echt gute Sachen gezogen, muss ich sagen. Aber nur Schwerter leider. Da wartet er jetzt schon. Okay. Oh. Hä? Ach du, boah, das ist zu dir teleportiert. Verdammt. Okay, dann hat's ja funktioniert. Ach, jetzt willst du hier warten, oder was? Okay. Ich warte hier nicht. Ich bin hier gar nicht. Ja, ja. Das merke ich mir, Kaspar. Da wei ich schon mal einen auf. Oha, was ist das denn? Hä? Was hast denn du da? Ich weiß auch nicht, was ist das? Da guck dir kurz. Ach, trau dich. Geh doch mal wieder hoch hier. Ach, das Ding kann schieben. Wann mal. Hä? Okay. Hä? Alter! Was ist das? Das ist ein Schutzschild. Das ist ein Portal. Das ist ein Portal. Das ist ein Mortal Gun. Loll, du kannst dich einfach wegtelepropieren. Wie kann ich die denn zurücksetzen jetzt? Ja, gar nicht. Ich glaube, du kannst immer zwei Stück setzen, sozusagen. Ey! Aua! Was ist? Okay, hau rein. Ha! Nee, ne? Oh mein Gott, schnell weg! Mana! 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 Ah! Oh Gott, lad nach. Hihi! Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Das ist total genial. Ich brauche jetzt schnell wieder neue Lucky Blöcke hier aus. Oh mein Gott, was ist denn das hier? Hab ich... Ja? Den kriege ich noch nicht. Lol? Was habe ich denn hier für einen Lucky Block bekommen gerade? Was hast du denn? Ha! Ey! Ah! Alter! Was ist das denn? Voll gestürzt, sag mal. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Ah! Ja! Oh Mann! Ich hab gerade was Heftiges bekommen. Du kriegst ja so Rache, ich sag's dir. Ich wollte es gerade ausspielen. Ich hab gerade was Heftiges bekommen. Oh, du wirst es bereuen, Kaspar. Was hast du da? Ich höre hier doch nur... Alter! Da kam es noch einmal angefahren mit dem Motorrad. Ich weiß nicht, was du meinst. Yo! Die! Lass mich doch raus! Ah! Okay, ich brauche neue Waffen. Ich brauche neue Waffen. Oh mein Gott. Ich mache einen Looping Block so. Ich sehe es. Oh, ich bin über den Wolken. Okay. Lol, komm mal hoch hier. Da habe ich doch schon dein Motorrad angekriegt. Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Okay, ich kann ja auch oben drauf kämpfen. Ah, nein, kann man nicht! Ah, ich auch! Wow! Ich habe ein Laserschwert. Das bringt ja gar nichts. Aua! Ja! Du hast dich auch geholt! Ey, ich hatte so richtig heftig. Du hast sie! Toll! Du hast dich auch einfach geholt. Ich habe gerade... Toll, ja toll, ey! Endlich keine Waffen mehr. Nein! Nein! Du hast mein... Oh mein Gott! Das Ding ist richtig heftig, was ich habe. Oh mein Gott, du hast mein Raumschiff zerstört. Was ist das denn? Zepter? Lol! Ja, kannst du... Was ist das für eine Waffe hier? Oh Gott! Was ist denn das für eine Waffe? Oh! Sag mal, ich kann ja nur einmal schießen oder was? So, pass auf. Ich habe mir noch einen Block jetzt hier, den ich noch holen kann. Und damit habe ich anscheinend wieder neue Waffen oder so bekommen. Aber keine guten, glaube ich. Naaaa! Wo bist du? Ich bin runtergefallen! Ah, perfekt! Guter Setz, ich auch nochmal schnell in meinen Charakter zurück. Meine Waffen sind nämlich ganz schön blöd, muss ich sagen. So, ganz kurz wieder vier neue Lucky Blöcke holen. Okay, ja, hole ich mir auch, hole ich mir auch. Aber dieses Mal... Dieses Mal ziehe ich mal was richtig Gutes daraus. Oh mein Gott! Oh Gott, ich werde dich zurückholen, Kasper. Neeeee! Was hast du? Oh mein Gott! Was hast du da? Was hast du da? Ich gehe wieder zurück in die Base. Ey, Manu! Leute, ich habe dich auch geholt? Nein, nein, das nicht. Das denkst du. Ich bin Kylo Ren. Oh mein Gott, du bist einfach... Du gambelst an meinem... Du bist Spawn Trapper! Was ist das denn jetzt hier? Komm her jetzt! Okay. Du kriegst mich nie, Brock, so. Du kriegst mich nie, denn ich bin hier oben im Baum. Okay, ich habe noch einen Lucky Block, den ich auch machen kann. Bitte lass doch was Gutes drin sein. Was ist das denn? Oh mein Gott! Oh mein Gott, was ist das? Oh! Was ist das? Aua! Aua! Ich mache schnell auf hier. Was ist denn das? Okay, hier ist geschneidende Sicherung. Und? Oh mein Gott, was ist denn das? Na, was ist das denn? Na, was ist das denn? Wo bin ich? Wo bin ich? Wo bin ich versteckt, hä? Du kriegst mich sowieso nicht, weil ich zu schnell bin. Ich hole dich noch, keine Sorge, Kasper. Okay, wenn du das denkst. Du bist nicht ewig unsichtbar. Ich bin ewig unsichtbar. Nein! Ja! Du hast dich geholt, obwohl ich uns... Du hast mein Schwert gesehen, hä? Ah, Mann, ey. Das ist aber auch stark bei dir, das Ding. Spüre die Macht! Oh nein, das schon wieder? Spüre die Macht, Kasper. Stimmt doch! Spüre die Macht! Ey, wie stark ist das denn? Oh mein Gott. Das ist ja übelstark. Oh mein Gott, das ist zu heftig. Du hast ja nicht mal eine Chance dazu entkommen, sag mal. Nee, nee, hast du auch nicht, weil ich einfach... Oh! Oh! Hier jetzt? Oh! Also ich sag dir, ne? Okay. Du wirst draufgehen, Kasper. Ich sag dir, ich hab dir auch wieder was ziemlich Gutes gezogen. Das kenn ich auch schon. Ich krieg die ganze Zeit nur so doofes Schwert da. Ja, ich auch, ich auch. Ich brauch jetzt echt langsam mal was. Bruno! Bruno, flieg! Oh, Kasper. Ey! Bruno, jetzt flieg doch bitte los! Bruno, dann lass mich wenigstens raus! Nein! Du blöder Adler, Mann! Also wirklich, mach der nicht mal was für sein Geld! Alter, was hab ich denn hier jetzt, Kasper? Ja, hier eins, zwei, perfekt. Mach ich auch direkt auf. Oh, nee, ne? Schon wieder so ein blöder Vogel, der hier im Weg ist. Okay, pass auf. Das hier? Ah, auch nur wieder das Schwert leider. Loil, was das denn? Das kannst du nicht, das kannst du nicht, du kannst da nicht ausweichen, Digga. Ne, für immer kannst du nicht ausweichen! Nein! Was ist das denn? Das ist ja mega stark! Ich hab ein heptiges Ding gehabt, ne? Hui! Das war ja mega stark, sag mal. Okay, komm Brock, ich würd sagen, wir machen den finalen Kampf, oder was? Okay, ich würd auch sagen, ich seh mich noch einmal ganz so zurück und dann... Ja, je nach vier Lucky Blöcke und dann... ...werde ich den Kampf gewinnen. Ich warte hier. Ich guck in der Zwischenzeit, ob ich den Void Lucky Blöck mittlerweile mal wieder beanspruchen kann. Ne, den kann man doch nicht, das ist doch schon die Frage gezeichnet. So, ich würd mal sagen, ich mach meinen schon mal auf. So, ich hab... Ja, mach mal. Alter, ich werd dich so holen. Was ist das denn? Oh mein Gott, du wirst so drauf gehen, Kasper. Was ist das? Okay. Hä? Oh, was hast du denn? Schau mal das. Schau mal gut. Was hast du denn für Teile? Okay, dann mach ich noch einen auf. Ja, ich auch, ich hab hier was richtig Krankes gezogen. Oh Gott, wieder so ein blöder Adler, den brauch ich nicht. Was ist denn das für eine Pistole? Oh, ich hab auch was Heftiges wieder. Okay, dann hab ich noch... Okay, und letzten. Hier. Okay, ich bin gut vorbereitet für den. Boah, ich bin auch das jetzt mega gut vorbereitet. So, und jetzt auch den letzten aufmachen hier. Zack, und das ist denn das hier. Na gut, bist du bereit? Ich bin bereit und abwahrt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was hast du denn da? Okay. Du willst es also, Kasper? Ich will es. Die Macht Gottes, die mir vorbeigeschworen wurde. Nein, nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder. Ich bin direkt down. Ja. Ich bin direkt down. Ich hab's doch gesagt. Ich werde gewinnen. Ich sag, sind denn diese... Die Macht Gottes hatte ich auch nicht einmal. Du hast es direkt zweimal hintereinander. Und jetzt fliege ich dahin, wo ich hingehöre. Und zwar in den Himmel. Ich glaub, eher in den Abgrund. Okay, wir haben uns nur dieses Mal gewonnen. Aber, wenn ihr wollt, dass wir auf jeden Fall nochmal eine Runde machen, wo wir uns die Voidlucky-Blöcke kaufen, dann lasst ein Like und ein Abo da, Freunde. Ihr habt Kasper gehört, Leute. Wenn ihr vorhin noch mehr sehen möchtet, lasst euch gerne ein Like und ein Abo da. Und jetzt checkt euch die Videos aus. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.